Bei Peak bekommt man bis zum 25. September einen elektrischen Shaker gratis, wenn man für über 200 Euro einkauft. Gilt natürlich wie üblich nach CodeFelix10. Speziell dieser Shaker, gibt natürlich auch ähnliche Modelle einfach so zu kaufen, der mixt eure Eiweißshakes immer für 60 Sekunden und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Der integrierte Akku, der hält laut Hersteller für 30 Anwendungen, aber in der Praxis bekommt man wesentlich mehr heraus. Und aufgeladen wird dann wieder mit USB-C. Die spannende Frage für mich war jetzt aber, ob und wenn ja, wie viel besser so ein Elektroshaker im Vergleich zu einem klassischen Shaker mit C performt. Und tatsächlich fällt das Ergebnis, hier getestet mit Wasser und dem Perfect Protein, doch ein gutes Stück cremiger aus. Alleine das Volumen ist erheblich größer geworden. Wer also etwas cremigere Shakes haben möchte, sich aber dabei nicht so einen Riesenteil in die Küche stellen will, wie ich es habe, der macht mit so einem Elektroshaker auf jeden Fall ein Upgrade.